Moin und Meli, ihr Lieben. Wir machen weiter mit Reinerles Erfolgsformat Draches Meinung zu den verschiedensten Dingen, die er auf seinem Schreibtisch finden kann. Letzte Folge Tupperware, diese Folge eigentlich Kaber, obwohl man weiß es nicht. Er hatte nämlich dann plötzlich in der letzten Folge am Ende gesagt, es geht um ein Batterieladegerät. Ja, was nun kommen wird, schauen wir mal. Schauen wir einfach mal rein, würde ich sagen. Bei Reinerles Draches Meinung Nummer, ich weiß gar nicht, sind wir schon bei 10 oder so? Oder ist das schon 11? Naja, wir gucken einfach mal. Aber wir haben sie. Okay, ich hoffe, das hat man nicht gehört, aber vermutlich hat man es gehört. Ist übrigens 11. Draches Meinung Nummer 11 und er hat es genannt, Kaber. Und zwar ganz genau Bananen-Kaber. Wir schauen natürlich beim lieben Spiegellord auf Odyssey, ist wie immer unten verlinkt, falls ihr es ohne Gequatsche hören wollt und euch die besten Stellen raussuchen möchtet. So, jetzt habe ich in der letzten Folge verquatscht, weil ich habe eigentlich gesagt, ich will über Ladegeräte sprechen und habe dann verkackt, denn ich wollte ja eigentlich über Kaber sprechen, beziehungsweise über den Inhalt meiner... Tupperdose. Tupperware. Ja. Ich rede die ganze Zeit über Tupperware und dann vergesse ich es wieder. Ja, Rainer, ja. Das ist halt, ja. So, also, Kaber. Was genau ist Kaber? Zucker. Das ist ganz einfacher Zucker, Rainerle. Mit ein bisschen Geschmack. Ja, ist vielleicht ein bisschen Kalzium oder irgendwie sowas noch dabei, wobei das kommt ja eher durch die Milch, aber ganz ehrlich, Rainerle, das ist einfach nur Zucker. Und ich glaube, zu über 70 Prozent oder was das waren, besteht das Zeug aus Zucker. Beziehungsweise nicht, was genau ist Kaber, sondern was ist meine Meinung zu Kaber? Ich persönlich bevorzuge ja keine Schokolade. Ich mag keine Schokolade, um genau zu sein. Ach, Rainer. Warum sagst du das denn immer? Ich verstehe es nicht. Ich mag keine Burger. Ich mag keine Schokolade. Ich mag das nicht. Und dann, eventuell sogar nur eine Woche später, kommt dann direkt ein Video, in dem du eine ganze Tafel Schokolade isst. In dem du dir zwölf Burger brätst. Also, warum? Warum? Das ist genauso wie mit deinem Ich-habe-kein-Lieblings-irgendwas. Aber im Monomar, Beste und Zelda, Beste, aber ist nicht mein Liebling, weil das kann man ja nicht vergleichen. Bla, bla, bla. Rainerle möchte sich halt tatsächlich eigentlich immer nur interessant machen. Immer und immer wieder. Ja, darum geht's. Was anderes ist es nicht. Er hat ja eine andere Meinung oder eine kontroverse Meinung im Gegensatz zu den ganzen anderen Leuten da draußen. Und deswegen ist er ja was ganz Besonderes. Das ist das Schwierige. Beziehungsweise das ist Rainer. Er möchte sich immer als etwas Besonderes hinstellen. Ja, deswegen vertritt er dieses Ich-habe-ne-andere-Meinung-als-Ihr. Ähm, was ich aber mag, ist zum Beispiel Vanille, Schoko, äh, Schoko, ja genau. Genau, Schoko mag ich eben nicht. Vanille, Erdbeer und Banane. So. Und generell bin ich auch immer sehr offen für verschiedene andere Fruchtsorten. Fruchtsorten. Oh Mann. Also das im Zusammenhang mit Zucker zu sagen, das ist halt schon, ja, sagt eigentlich alles aus. Bananenkaber ist für mich so ein bisschen das typische Klischee, sag ich mal. Ja, weil neben Schokolade ist das, wozu die meisten Leute greifen, wenn sie mal keine Lust auf Schokolade haben, Banane, äh, Erdbeer. Was ist da oben los, Rainer? Da ist die Isolierung von den Kabeln ist weg, oder? Blanke Drähte, die aufeinander schlagen. Aber nein, komm schon. Kava. Das ist so ein Getränk für Kinder. Also ich weiß gar nicht, weil ich das das letzte Mal getrunken habe. Also mit 17, glaube ich. Ich glaube mit 17 habe ich das letzte Mal Kava getrunken. Und danach halt nicht mehr. Weiß ich nicht. Irgendwann wächst man da raus, weil es ist halt super süß. Je nachdem, wie viel man natürlich da rein tut in die Milch von diesem Kava. Aber ich bin dann sowieso umgestiegen auf eher bittere Sachen, wie mein Lieblingsgetränk, Kaffee und Tee. Und halt ungesüßt. Also komplett ungesüßt. Ich mag das tatsächlich nicht, wenn meine Getränke süß sind. Verstehe ich auch nicht, warum man Milchkaffee trinken kann. Aber wie ihr möchtet. Wenn ihr gerne Milchkaffee trinkt, 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 dann gönnt euch. Aber bei Reinalde ist halt das Problem, er süßt ja tatsächlich alles. Alle seine Getränke sind zuckersüß. Sein Schwibschwapp, sein Monster Assault Energy oder was weiß ich nicht noch. Alles, was er für Monster Energy Drinks da zu sich nimmt. Alles ist gezuckert. Alles ist super süß. Und diese versteckten Kalorien, also was heißt versteckt, aber für Reinalde versteckt. Weil er versteht einfach nicht, dass diese Getränke halt auch Kalorien enthalten. Und ihm bei seinem Kampf gegen die Pfunde nicht helfen. Eher das Gegenteil. Und da wird es schwierig für Reiner. Ich habe auch nicht gesagt, Erdbeer ist im Normalfall das, wozu die meisten greifen, wenn sie keinen Schokoladen-Kaber möchten. Ah, hast du beim Sales Team von Kaber angerufen, oder was? Das ist doch eine persönliche Empfindung, oder nicht? Kannst du mir doch nicht anders erzählen. Du hast doch keine Statistik darüber, wie viel Erdbeer, Banane und Schokoladen-Kaber verkauft wird. Und Vanille. Ich persönlich bevorzuge aber tatsächlich Banane. Und wenn man mal schaut. Mein Bananen-Kaber hat zwar die größere Box, ist aber weniger drinnen. Zu dem kommt. Das ist wie. Oh Mann. Das ist wie, äh, wie als wenn du so einem Kind verschiedene Größen erklären möchtest. Aber schön, schön, Reinalde. Ja, du hast ja fast, auch wenn die Box größer ist, ne, der Inhalt, der Inhalt kann trotzdem weniger sein. Ist richtig. Außerdem, dass ich viel mehr Banane benutze als Kaber, als Erdbeer. Erdbeer benutze ich tatsächlich relativ wenig. Ja, ich trinke dann zwar immer noch mehr als Schoko, weil Schoko, habe ich eigentlich Schoko-Kaber da? Gibt's überhaupt Schoko-Kaber rein? Ist das nicht einfach nur dann Kakao? Ne? Ich glaube, das nennt sich dann einfach nur Kakao. Aber ich kann ja mal gucken. Kaber-Schokolade. Gibt's das? Es gibt ein Kaber. Äh, Tafel-Schokolade tatsächlich. Das wusste ich auch noch nie gesehen. Gibt's, äh, Kaber-Weiße-Schokolade, Milchschokolade und Kaber-Weiße-Schokolade mit Erdbeer und Brause. Ach, du meine, wie du wirst sie? Okay. Spannend. Ähm, ich wusste gar nicht, dass sie Schokoladentafeln herstellen. Aber ja, okay. Äh, ja, Kaber. Kaber und das nennt sich halt Kakao. Ja, wer hätte das gedacht? Aber vielleicht meint er auch das. Weil es mich tatsächlich wundert oder wundern würde, wenn der Kaber Schokolade bzw. Kakao nehmen würde. Ich hätte Reiner denn tatsächlich eher so für einen Nesquik-Menschen gehalten. Der sich dieses Zuckerzeug holt. Hm. Ich hatte ewig eine Box mit Schokoladenkaber rumstehen. Das war teilweise sogar für meine Kamera zwischendurch mal. Das sieht man dann, wie wenig ich den benutze. Ich hab den eigentlich nur benutzt, um für meine Kamera ein Stativ zu haben, bevor ich das Stativ benutzt hab. Äh, bevor ich das Stativ hatte. Aber ich glaub, den hab ich nicht mehr. Schau. Den hab ich weggeschmissen. Ja, der war aber auch alt. Also der war, ich weiß nicht. Das ganze Päckchen Schokoladenkaber, das war so eine ganz große Box. Wie lange hatte ich den? Acht Jahre? Neun Jahre? Nee. Könnten sogar zehn gewesen sein. Ich bezweifle, dass du die weggeschmissen hast, Reiner. Ähm, so wie ich dein Verhältnis zur Entsorgung von Müll kenne, liegt der noch irgendwo. Das, äh, glaub ich ernsthaft. Ich glaub, ich hatte den tatsächlich fast zehn Jahre lang. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ich hab den zehn Jahre, ich hab den gekauft, noch bevor mein Vater gestorben ist. Und ich hab den fast acht bis zehn Jahre gehabt. Alter. Und dann hast du den einfach weggeschmissen. Mensch, dabei hast du ja schon fast eine emotionale Bindung zu dieser Kaberschachtel da. Aber, ja, man muss sich auch von Dingen trennen. Da hast du schon recht. Ich helfe dich. Also da seht ihr, wie wenig Schokoladenkaber ich trinke. Der war nicht mal zur Hälfte leer. Und ich weiß auch gar nicht, wo... Deswegen glaub ich auch nicht, dass er das weggeschmissen hat. Nie im Leben. Ich glaub, ich hab den damals gekauft für einen Geburtstag oder so, weil ein Kumpel meinte, ja, bring Schokoladenkaber mit, ich brauch den für irgendwas mitgenommen. Dann ist nicht einmal die Hälfte davon weg gewesen. Und ich hab davon vielleicht zwei Gläser getrunken und das war's. Also, übel. Äh. Ähm. Was war das für ein Geburtstag, Reiner? Indem er eine halbe Dose Kakao vernichtet hat. Ähm. Bitte? Und das vor zehn Jahren halt? Also... Puh. Weiß ich nicht. Interessante Party. Oder interessante Zusammensetzung, würde ich mal sagen. Also ist es mir noch nie... Ist es mir, glaub ich, noch nie passiert, dass mir jemand gesagt hat, bring Kakao mit zur Party. Zur Geburtstagsparty. Ähm. Auch mit so 18, 19 nicht. Ne. Spannend. Hätte ich gerne mal gesehen, diese Zusammensetzung und auch diese Konstellation, wo jemand sagt, bring mal Kakao mit. Wir brauchen noch Kakao. Ja, weiß ich nicht. Meine Meinung zu Kakao ist halt letzten Endes, äh, so viele verschiedene Sorten wie möglich, wäre cool. Ähm. Ähm. Aber ich kenne tatsächlich eigentlich nur drei Sorten. Ich kenne Banane, Erdbeer und Schoko. Ah ne, vier. Vanille kenne ich natürlich noch. Ähm. Ähm. Äh, ich kann euch sagen, äh, ich kann euch sagen, es gibt auch gar nicht viel mehr. Es gibt noch Himbeer. Ja. Ja. Ich bin gerade auf der Seite von Kaba, Kaba-Welt.de und da gibt es heute Kakao, Erdbeer, Vanille, Banane und Himbeer. Ja. Das ist alles. Und wen es interessiert, natürlich, äh, neu entdeckt von mir jetzt auch, die Tafelschokolade gibt es auch von Kaba. Davon ist mir mal was ausgekippt, leider. Ähm. Ähm. Ja, du nimmst einen Staubsauger und machst es weg. Ganz einfach. Ja. Und ich kann auch echt nur sagen, Bananen-Kaba ist persönlich für mich eigentlich ziemlich geil, weil ich persönlich bin ein großer Fan von Bananen. Erdbeeren mag ich auch, ich habe sogar eigene Erdbeeren immer im Garten. Schön. Aber Erdbeeren esse ich lieber komplett. Also ich esse Erdbeeren lieber als Frucht, als als anderes. Ja. Du kannst sehr stark bezweifeln, Reinhard, dass da auch nur ein bisschen Banane drin ist in diesem Pulverzeug da. Weil, ich weiß nicht, ich finde als Erdbeerkaber, das schmeckt auch bei Banane irgendwie so, es schmeckt zu künstlich. Ja. Ähm. Ähm. Aber Erdbeer ist dann... Wie kommt das nur? Wie kommt das nur, Reinhard, dass dieses Pulver künstlich schmeckt? Hm? Mein Lieber, wie kommt das nur? Wie noch schlimmer. Ich mag kein Erdbeereis, ich mag kein Erdbeer-Shake und so weiter. Wobei Milchshake, ich meistens dann trotzdem Erdbeer trinke, weil Vanille wiederum mag ich noch weniger. Ähm. Wenn ich wenig kann, trinke ich von Shakes auch Mango oder Banane oder sowas. Ähm. Aber Erdbeer zum Beispiel mag ich gar nicht. Ist euch übrigens schon mal aufgefallen, dass es gar keine Äpfel, also gar keinen Apfel-Milch-Shake gibt? Frage ist nur, warum? Egal. Jedenfalls, äh. Es gibt auch kein Banan... Es gibt auch kein Apfel-Eis, oder? Doch. So, ähm. Was ich jetzt sehr gerne... Doch, doch, doch. Apfel-Eis gibt es bestimmt. Habe ich... Es ist nicht so das Gängigste. Ne? Das stimmt schon. Ähm. Aber Apfel-Eis habe ich auch schon mal gesehen. Bei, ähm. Beim Eisverkäufer. Wobei ich auch sagen muss, ich, ähm, esse sehr, sehr wenig Eis. Seit die Kugel teilweise 2 Euro kostet. Junge, was geht mit den Eisverkäufern? Ich zahle doch keine 2 Euro für eine verdammte Kugel Eis. Ja. Also, da muss sich was ändern. Eispreis runter. Jetzt. Der Markt ist sowas wie Zitronentee. Das ist jetzt wieder nochmal natürlich noch eine andere Hausnummer. Das kann man auch mal in dem Video nochmal ansprechen. Aber. Hm. Ähm. Na. Was jetzt? Aber Bananen, äh, Kaba, finde ich persönlich jetzt, äh, nochmal besonders. Ja. Ach, ich weiß auch nicht. Wartet mal kurz, ich muss hier nochmal was aufschreiben. Okay. Klar. Ähm. Alles gut, Reinhard. Pausier dein Video nicht. Ex-YouTube-Profi. Oder damaliger YouTube-Star. So. Ich weiß, es ist immer nervig, dass ich das immer mitten in der Aufnahme machen muss. Hm. Ja. 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 Aber so bist du halt, ne? So lässt sich so ein Video auch ganz leicht strecken. Das ist ja dann gar kein Problem. So, so viel Zeit habe ich jetzt auch noch. Ja, du hast zwei, Reinhard, kein Problem. Wie gesagt, er konnte nie verstehen. Er konnte ja auch nie verstehen, wie sein Gegenüber, also seine, seine Zuschauer, die Leute, für die er dieses Video ja eigentlich machen sollte, wie die das sehen. Was er da tut, das versteht er nicht, weil er kann es ja immer nur aus seiner eigenen Sicht empfinden. Nur dazu ist Reinhard fähig. Und das ist halt eine Tatsache, weil Reinhard einfach, ja, egoistisch ist und narzisstisch ist. Und das ist ja auch sogar bewiesen durch die Gerichtsurteile, die ja gefällt wurden, beziehungsweise durch die Gutachten, die dann erstellt worden sind über Reinhard. Und ich glaube halt einfach nicht, dass er sehr empathiefähig ist. Er kann einfach nicht verstehen, wie jemand, der sich dieses Video anguckt, halt seine Beweggründe nicht nachvollziehen können, erkannt, warum er jetzt da plötzlich hier irgendwas tippen muss, anstatt einfach mal auf Pause zu drücken. Und diese, was das jetzt waren, eineinhalb bis zwei Minuten einfach mal auf Pause drücken und dann weiterzumachen. Schließlich geht es ja eigentlich um seine Meinung zu Kaba. Ja, bis jetzt weiß ich aber eigentlich nur zu Kaba, dass er Banane lieber mag. Ja. Was mich wundert, oder? Hat er nicht gesehen? Äh, ist ja auch egal. Ist ja auch völlig egal. Reinhard ist Meinung zu Kaba. Speziell Bananen-Kaba. Findet er toll. Also, Bananen-Kaba ist für mich persönlich besonders der Favorite. Was ist denn da draußen? Tut mir leid, ich... Reiner. Reiner Mensch. Das zieht sich aber auch wirklich durch seine ganzen Meinungsvideos ja auch durch. Nämlich, dass er nicht einfach mal sich auf eine Sache konzentrieren kann. Nämlich, jetzt seine Meinung über Kaba. Das Video geht neun Minuten. Neun Minuten. Es ist wirklich nicht so schwer, sich einfach mal neun Minuten hinzusetzen, alles andere auszumachen. Handy aus, diese Bildschirme aus, für die Übertragung nach draußen, Fenster zu, was weiß ich. Und sich dann da hinzusetzen und zu überlegen, was möchte ich zu Kaba sagen. Gehe ich vielleicht auf die Inhaltsstoffe ein? Gehe ich auf den Geschmack ein? Was kann ich damit machen? Gibt es spezielle Rezepte mit Kaba? Und so weiter und so weiter. Aber bis jetzt habe ich einfach nur gesehen, dass er irgendwelche Pulver in dieser Tupperdose aufbewahrt. Und dass er Banane besser findet als Erdbeer. Und halt Schoko nicht mag. Und Schoko hat er weggeschmissen. Ja, und er wundert sich halt wirklich, dass man ihn ja nicht ernst nimmt. Er möchte ja tatsächlich zu den großen YouTubern gehören, wie Unge, Gronkh und Aiblali und wie sie nicht alle heißen. In seiner Welt die größten überhaupt. Und versteht nicht, was für ein Qualitätsunterschied tatsächlich zwischen seinen Videos herrscht und allen anderen. Also wirklich allen anderen. Es gibt Leute, die so viel Energie in ihre Videos stecken. und auch wirklich Zeit, kostbare Zeit. Und er setzt sich dahin und ferkelt das dahin. Und dann sagt er sich, ja, aber ich mache doch hier Arbeit. Ich opfere ja auch meine Zeit für euch. Ja, aber das Problem ist halt bei Rainer Lehrer, er versteht nicht, dass Zeit kein Garant ist für Qualität. Quantität und Qualität, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Jetzt haut er hier diese ganzen Meinungsvideos raus. Also wirklich, da sind ja mehrere gekommen. Ich weiß gar nicht, wie viele es gibt. Über 40 Stück, glaube ich. Wir sind jetzt bei 11. Und ihr habt es ja auch jetzt bestimmt schon mitgekriegt. Er setzt sich ja einfach nur hin. Und macht die Kamera kurz an. Hält halt dieses Produkt in die Kamera und sagt ganz kurz, toll, nicht so toll, nutze ich nicht, nutze ich die ganze Zeit. Blablabla. Oh, da sind welche. Ich muss kurz was aufschreiben. Und Kamera wieder aus. Und direkt wieder Kamera an. Und das Spiel geht von vorne los. Ja. Aber gut. Wir schauen weiter, würde ich behaupten. Wir schauen weiter. Rainer Liss Meinung oder weitere Meinungen zu Kaber. Wird er noch auf die Inhaltsstoffe eingehen? Wird er noch sagen, dass das Zeug zu 78 Prozent, ich habe da so nachgeguckt, ich glaube 78 Gramm auf 100 Gramm waren Zucker. Wird er noch darauf eingehen, dass das Zeug absolut ungesund ist? Wird er vielleicht auf die Anbaubedingungen von, gibt es überhaupt Anbaubedingungen? Ja, von Zucker. Ist das ein Bioprodukt, Rainer? Ist ja auch mittlerweile ganz wichtig zu wissen, wie wird sowas hergestellt? Wo kommt sowas her? Wo kommen diese Inhaltsstoffe überhaupt her? Und so weiter und so weiter. Wird er darauf eingehen? Habe ich Hoffnung? Nein. Ich will nicht immer auf die Hater ausgehen, aber das nerscht langsam. Ja, dann mach die Kamera aus. Mach sie doch aus. Es ist doch nichts passiert in den ganzen Videos. In denen du jetzt diese ganzen Meinungsvideos abgedreht hast, waren ja tatsächlich öfter Leute auf dieser Straße. Aber die hättest du ja auch nie bemerkt, wenn du nicht die Kamera angehabt hättest. Also, die ganzen Aktionen mit Bananenkaber, Erdbeerkaber, Schokoladenkaber, Vanillekaber. Ich kenne tatsächlich nur diese vier Sorten. Ich weiß nicht, ob es noch was anderes gibt in den USA. Ja, Himbeer. In den USA gibt es bestimmt noch irgendwelche verschiedenen Sorten. Nein. Also, vielleicht, weiß ich nicht, aber ich glaube, Kaba ist Kaba ein, Kaba ist so ein deutsches Produkt, oder? Gehört zu Mondele. Ne, gehörte früher zu Mondele. Gehört zu jetzt zu Karamba und Co. Karamba und Co. Sagt mir auch gar nichts. Eine französische Kaubonbonmarke. Hergestellt von Mondele. Ja, alles ist Mondele, ne? Ich bin gerade mal auf der Wikipedia-Seite. Kaba ist tatsächlich ein deutsches, also ursprünglich wurde es in Bremen von Ludwig Roselius erfunden, Inhaber der Café Haag. 1929 auf den Markt gebracht und entwickelte sich zu einem der bekanntesten deutschen Markennamen. Ja, das stimmt. Sogar eine historische Kaba-Packung in einem Überseemuseum in Bremen. Wunderbar. Im Gegensatz zu klassischen Kakao-Getränken hält Kaba in der Rezeptur von heute sehr viel Zucker. 62% Saccharose, 19% Traubenzucker, insgesamt sogar 81% Zucker. Ach du meine Güte. 81% Zucker. Guck mal, die Rezeptur wurde sogar im Laufe des Jahres stark verändert. Der Anteil an Kakao wurde um ein Drittel von 30 auf 20% reduziert. Und es wurde stärker gezuckert. Ach du meine Güte. Trink weiter Kaba rein, Leute. Trink weiter Kaba. Ich muss ehrlich gestehen, es wird mir immer unsympathischer, weiß ich nicht, aber ich habe immer weniger das Verlangen, Kaba zu trinken, muss ich sagen. Wenn ich das jetzt so alles lese. Das kann ich mir vorstellen. Aber die Amis haben ja auch die verrücktesten Sachen. Also was die schon alles erfunden haben. Chili, Schokolade und so ein Zeug. Wer hat es erfunden? Mein gut. Na ja, Chili, Schokolade, Reiner, die gibt es auch hier. Die gibt es auch hier. Und mehr. Vor allem wegen der Schokolade, nicht wegen dem Chili. Ach so, ja klar. Bananenkaba ist auf jeden Fall mein absoluter Favorite, weil ich benutze den für viele Sachen. Ich habe den auch schon für Pudding benutzt. Ich habe den schon, ja, für Pudding. Das gleiche gilt für Erdbeer. Wenn ich Erdbeer-Pudding mache, dann habe ich auch immer noch so einen kleinen Happen, so einen kleinen Happen Erdbeer-Kaba rein, weil es dann den ganzen Geschmack noch mal ein bisschen abrundet. Nee, Reinerle. Du zuckerst nach. Also Pudding ist ja schon viel Zucker in der Regel. Und dann kommt halt noch mehr Zucker da rein. Das ist eine tolle Idee. Wobei ich sagen muss, der Erdbeer-Kaber, den ich da habe, ich habe Erdbeer-Pudding da. Ich muss sagen, der Geschmack ist nicht so geil, weil das schmeckt noch viel künstlicher als der Kaber davon. Ach, ich weiß auch nicht. Wie kommt das nur? Jetzt habe ich mich... Alter, mein Bart, oder? Ja, Stelle merken und waschen. Voll der harte Bart, ey. Nee, 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 nee. Das, Reinerle, ist einfach nur, äh, ja, ungepflegt, würde ich jetzt behaupten. Und es ist halt keine Beleidigung, sondern es ist eine Tatsache. In meinen Augen ist das einfach ein ungepflegter Bart. Ja. Na, weiß ich nicht. Da muss halt Struktur rein. Dieses, äh, mal sehen. Ach, soll ich mir extra schon... Ja, hier unten halt. Äh, da seht ihr nicht so gut, aber ihr habt ja schon das ganze Video gesehen. Dieser Schnauzer passt halt alles nicht zu diesem Drei-Tage-Bart da. Du musst dich dann halt auch rasieren. Und beziehungsweise das hier unten mal in, ja, in Form schneiden. Das Problem ist halt, wenn ich da durchgucken kann, ist das nicht so schick, würde ich jetzt behaupten. Würde ich jetzt behaupten. Aber du hattest ja schon öfter mal verschiedene Bartfrisuren. äh, die gefällt mir bis jetzt am wenigsten. Und die Schnauze rasiert? Das war aber anscheinend noch nicht genug. Was heißt rasiert? Ich habe mir bloß ein bisschen geschnitten und ich muss mich dringend rasieren. Ja, das stimmt. Und die Seiten muss ich auch wieder abschneiden. Also, Erdbeerkaber, Bananenkaber, Schokoladenkaber, Vanillekaber. Andere Sorten kenne ich nicht. Ja, ist ja gut. Ich persönlich, ich weiß nicht, was ich zu Kaba jetzt so groß sagen soll. Mein persönlicher Geschmack von Kaba, äh, ich weiß nicht, ich bin, ich bevorzuge tatsächlich eigentlich Sachen auf Wasserbasis, nicht auf Milchbasis. Bei Eis ist es genau dasselbe. Ich esse lieber Wassereis als Milcheis. Es gibt ein paar Ausnahmen, wie zum Beispiel Zitroneneis oder sowas oder auch mal Vanilleseis. Da esse ich lieber die Milchvariante, wobei bei Vanilleseis gibt es, glaube ich, keine Wasservariante. Bei Zitrone schon. Aber bei, ähm, aber Kaba, ich weiß nicht, den Kaba, den ich trinke, das ist ein so ein Päckchen, also das ist jetzt ein Päckchen, was da drinnen ist eigentlich. Und das ist ein Päckchen im Jahr. Wenn überhaupt. Ähm, also das ist jetzt das ganze Jahr gewesen bisher. Ja, ja, also das hört sich ja jetzt erst im Moment, nicht viel an, ne? Aber es summiert sich. Es summiert sich halt zu den anderen süßen Sachen, die du dazu packst. Wenn das tatsächlich das Einzige wäre, womit du deine Getränke oder was weiß ich was süß, ist ja alles okay. Sagt ja keiner was. Aber da kommen ja halt die ganzen anderen noch dazu. Er hat es ja schon gesagt, er packt es auch in den Pudding hinein. Ähm, so weiter. Na, und dann kommt wahrscheinlich auch noch, äh, Zuckerwürfel dazu, weil es dem nicht zu süß, äh, weil es ihm nicht süß genug ist. Es summiert sich, Rainerle. All diese ganzen süßen Sachen aufs Jahr gerechnet, führen halt dazu, dass du dein, sorry, dein Kampf gegen die Pfunde verlierst. oder er gar nicht erst richtig starten kann, sagen wir es mal so, weil, Rainerle hat ja schon öfter Abnehmenversuche gestartet, aber da ist, äh, nie was draus geworden, weil er ja nie der Ansicht gewesen ist, dass er in irgendeiner Form sich falsch ernährt. da war er ja tatsächlich immer konsistent oder konsistent, weiß ich jetzt auch nicht, äh, immer der Meinung, er müsse sich ja nur ein ganz kleines bisschen mehr bewegen und schon würden die Pfunde purzeln. Er war ja auch immer der Ansicht, im Sommer nimmt er 20 Kilo ab und im Winter 20 Kilo zu, ja, weil im Sommer bewegt er sich natürlich viel mehr als im Winter, aber über die ganzen Jahre hinweg gesehen, wir verfolgen Rainerle jetzt auch schon ein bisschen länger, nee, tut mir leid, Rainerle, leider nein. Ist noch nicht mal, ist noch nicht mal ganz leer. Und der Erdbeerkaber, na gut, der Erdbeerkaber ist sogar fast voll, also, sieht vielleicht nicht so aus, aber das ist fast ein ganzes Packing-Erdbeerkaber. Ja. Na gut, ähm, ja, ich denke, das war's dann erstmal soweit, meine Meinung zu Cover. Völlig stumpf. Ja. Trotzdem acht Minuten geschafft, was zur Hölle, ich labere echt so einen Stuss manchmal zusammen. Halbe Stunde geschafft, Rainerle, auf deinen, nur acht Minuten im Video bis jetzt. Ich labere auch manchmal wirklich Stuss. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge, ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, was wir alles schon drinnen hatten. Und beim nächsten Mal kümmere ich mich dann um den Rest. Ja. Danke fürs Zuschauen. Den Rest. beim nächsten Mal kümmern wir uns dann um das hier. Bis zum nächsten Mal, euer Drache, haut rein und tschüss. 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 Und daher geht der Blick wieder hinauf zu der Kamera. Er kann es nicht lassen. Gut, das war Nummer 11. Jetzt geht's Nummer 12. Äh, wie hat er das genannt? Bazterin-Ladegerät. Okay, okay, auf geht's. Auch wieder beim lieben Spiegel-Lot. Kein Bock, mich immer zu rechtfertigen wegen irgendeinem Scheißdreck. Mhm. So, Metal-Leute, Servus und ein herzliches Willkommen. Da wird der Kaber nochmal schnell in die Ecke gestellt. Also, wie ja schon erwähnt im letzten Video, Reinharder macht kurz Pause, Reinharder nimmt halt ein neues Ding von seinem Schreibtisch und hält es in die Kamera. Das Ganze geht sogar elf Minuten. Auf geht's. Zur fünften Folge der heutigen Aufnahmesession. Achso, ich wollte es schon sagen. Heute geht es um Ladegeräte. Beziehungsweise um das Ladegerät hier. Toll. Meine Meinung zu dem Ladegerät ist besonders geil, denn Besonders geil? dieses Ladegerät ist fast so alt wie ich. Schön. Ich glaube, das ist etwa 20 Jahre alt und das ist richtig cool, weil man steckt das einfach direkt in die Steckdose. Es hat kein Kabel oder sowas, kann man auch nicht rausziehen. Das ist wirklich einfach nur, man steckt das einfach nur rein und es passt. Und das Coole ist, es hat Funktionen für drei verschiedene Batterien. Man kann die drei Akkus Akkus rein. jeglichen Batterien reinstecken, die neuen Volt-Batterien glaube ich sind es. Dann kann man die A3 und die A2-Batterien aufladen. Wobei ich gar nicht weiß, ob man nicht sogar was ist. Ah ja, hier. Die Doppel-A-Batterien kann man aufladen, die 3x-A-Batterien kann man aufladen und die neuen Volt-Batterien kann man aufladen. oder die Blöcke. Genau. Na. Sollte hinhauen. Ja, und das war seine Meinung über Ladegräte. Kommt da noch was? Ja, da kommt noch was. Ist auf jeden Fall ziemlich cool, weil ich habe dieses Ladegeld habe ich früher so viel benutzt. Ich hatte das in der Schule dabei. Ich hatte das eigentlich das Ladegeld von meiner Mutter. Aber ich habe das damals so viel benutzt, dass ich das irgendwann keine Ahnung irgendwann ist es halt in deinen Besitz übergegangen und dann war es dein Eigentum. Ich habe mir das einfach gegeben und gesagt, hier hast du mit Ruhe, weil ich ständig nach Ballerien gefragt habe und seitdem habe ich dieses Ladegerät und benutze es auch dauernd. Das war zwischendurch war es dann mal bei meiner Schwester, das hat dann meine Schwester ein paar Jahre lang benutzt und dann als meine Mutter und meine Schwester weg waren, habe ich es dann plötzlich selber gehabt wieder, weil es halt noch da war und ja, ich habe das, ich weiß gar nicht, ich habe das so viel benutzt für Doppel-A, für Dreifach-A-Batterien, für 9 Volt habe ich eigentlich nie groß benutzt. Die 9 Volt-Batterien haben für... Also eine kleine Sache, Reinhardtel sollte tunlichst unterscheiden zwischen Batterien und Akkus. Denn Batterien kannst du nicht wieder aufladen. Akkus kannst du wieder aufladen. Für mich eigentlich nur einen Sinn ergeben, und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, diese ferngesteuerten Autos von früher, die man hatte, die gibt es ja mit Sicherheit oder auch noch oder ähnliche. Nee, die sind vom Markt verschwunden rein, alle. Ferngesteuerte Autos gibt es nicht mehr. Hat niemand interessiert, wollte niemand haben. Bei denen war es damals so, dass das die Fernsteuerung von den damaligen ferngesteuerten Autos, da musste man tatsächlich hinten eine 9 Volt-Batterie reinmachen. Nein. Und das war damals ein bisschen problematisch, weil eine 9 Volt-Batterie war nichts, was man so handelsüblich die ganze Zeit einfach zu Hause hatte. Oh Mann. Doch. Also, doch, oder? Weiß ich nicht, vielleicht hatten wir unterschiedliche Haushalte rein, aber eine 9 Volt, so eine Block-Batterie, doch, hatte man auch zu Hause. Und wenn nicht, dann ging man los und kaufte eine. Ich weiß, schwierig, aber es war möglich. Im Gegensatz zu AAA und vor allem AA-Batterien. AAA-Batterien sind ja solche, wo man normalerweise, also heutzutage benutzt man sie, also ich benutze sie vor allem im Haustelefon. Da sollten am besten auch Akkus drin sein, Rainerle. Oder in Fernbedienungen. Da benutzt man die hauptsächlich. Man kann sie auch noch für andere Sachen benutzen, klar. Aber in erster Linie benutze ich sie zumindest daran. Oh Mann. Ja, alles, was in irgendeiner Weise mit Strom betrieben werden muss, Rainerle. Und was halt keinen Zugang mit einem Netzstecker besitzt, wird halt mit Batterien betrieben. Richtig. Und vor allem früher habe ich das auch benutzt. Die AA-Batterien waren besonders wichtig, weil man musste immer Gameboy spielen. Man hatte ja für den Gameboy immer eine AA-Batterien. Früher. Die Jugendlichen heutzutage, die wissen gar nicht, was sie für ein Glück haben, dass sie einen Akku in ihrem Ladegerät, in ihrem, äh, dass sie einen Akku in ihrem Gerät haben und dann auch noch mit Powerbank teilweise ihren Gameboy aufladen können. Ganz ehrlich, ihr Jugendlichen habt keine Ahnung, was ihr für einen Luxus habt. Was redest du denn da, Rainer? Auch in den alten Gameboys konntest du Akkus reinpacken. Du verwechselst halt tatsächlich Akkus mit Batterien. Es gibt auch AAA-Akkus, Doppel-A-Akkus und 9-Volt-Akkus. Eieieiei. Bei uns musste man noch die Batterien in ein Ladegerät stecken. Akkus. Wenn man überhaupt welche hatte, die man aufladen konnte, man kann nicht alle Batterien aufladen. Ach. Man sollte nicht alle Batterien aufladen. Nee, man... Können tut man es tatsächlich schon. Also jede Batterie kann aufgeladen werden. Ja, sollte man aber nicht, Rainer. Nur, äh, ich glaube, nur handelsübliche Batterien, die nicht ladefähig sind, die darf man, glaube ich, nur zwei oder dreimal aufladen oder sogar nur einmal. Und danach darf man die nicht wiederverwenden. Abgesehen davon, dass es natürlich immer eine ziemliche Problematik ist, weil dann haben wir wieder, wie auch bei Plastik, haben wir auch hier wieder die Situation, erstens mal ist es wieder Plastik, na, aber gut, das lässt sich nicht erinnern. Aber wir haben ja, wie beim Plastik, wieder die gleiche Situation bei Batterien. Batterien sind schädlich für die Umwelt und zwar nicht zu knapp. Ja, die Batteriesäule darin ist, ist definitiv nicht gesund und ätzend und alles. Und, ähm, wieder aufladbare Batterien haben natürlich auch eine, aber bei denen ist der Vorteil, man kann einfach hergehen und kann sie langfristig benutzen, was der Umwelt zwar auch schadet, aber eben nicht ganz so schlimm schadet. Wobei, äh, ich mal gehört habe, ob das richtig ist oder nicht, weiß ich nicht, dass wieder aufladbare, wieder aufladbare Batterien tatsächlich schlimmer sein als normale Batterien. Wieso? Okay, interessant. Ja, wie gesagt, heutzutage besitzt ihr echt Luxus, dass ihr sowas habt. Wir haben sowas nicht. Was redest du denn da, Reiner, oder was redest du denn da? Ja, wir hatten gar nichts damals. Also wirklich, wir mussten, wir mussten Gameboy spielen mit handelsüblichen Batterien. Ganz schrecklich. Und? Was los? Ey, da ist doch gar, ist da, ist da nicht ein Fenster eigentlich? Schönes Frame übrigens. Habt ihr euch was überlegt? Du hast was überlegt? Das sah aber nicht so aus. Was hast du denn da überlegt? Habt ihr euch was überlegt? Dieser kurze Moment, ne, auch wo er die, die Augen wieder kurz zu machen hat, oder ich glaube, da ist irgendwas rebooted. Da. Habt ihr es gesehen? Ich glaube, irgendwas ist da neu gestartet worden. Warte, kann ich das, ich will das, ich liebe das. Ich will es ein bisschen langsamer machen. Oh, die Hälfte der Geschwindigkeit. Da. Und, Neustart. Ich hab dir was überlegt. Wir hatten sowas damals nicht, sowas wie aufladbare Batterien hatten wir, ja, aber wir hatten sowas wie ein Ladekabel für uns. Rainer, was redest du denn da auch damals, in Uhrzeiten, ne, quasi zur Steinzeit, gab es schon Akkus, die du wieder aufladen konntest. Ansonsten wäre dieses Gerät, was du da hast, dieses Aufladegerät, doch nicht schon 20 Jahre alt. Meine Güte nochmal. Was redest du denn da schon wieder für einen Stuss? Für unser Handy schon, aber für unser Gameboy und so weiter, das kam alles erst mit dem Gameboy Advance, aber auch erst mit dem Gameboy Advance SD. Ja, mit dem ganz normalen Gameboy Advance, mit diesem viergigchen Kasten, der so quer in der Hand lag. Mit dem hatte man das auch noch nicht. Der hatte auch noch Batterien. Wobei ich glaube, man konnte... Ja, ich weiß schon, also ich verstehe schon natürlich, was er meint. Er meint tatsächlich so ein Akku Pack oder was da, was dann in diesem Teil drin ist. Aber auch das gab es schon für den Gameboy rein. Oder so ein Akku Pack, was du wieder aufladen konntest. Und jetzt überleg aber mal, wo der Vorteil bei Batterien oder halt aufladbaren Akkus ist. Diese AAA oder AA Batterien Akkus. Die kannst du einfach austauschen, wenn die leer sind. Wenn jetzt so ein Akku unterwegs leer ist, so ein Akku Pack, und du hast halt keinen Ersatz dabei, dann musst du erst mal an eine Steckdose. Da sind Batterien vorteilhafter, wenn du welche dabei hast, die du dann einfach austauschen kannst. beziehungsweise AAA oder AA Akkus, die du dann einfach die anderen packst, du dann in dieses Ladegerät wieder rein, in dieses Netzteil-Ladegerät. Und dann laden die auf, während die anderen in deinem Gameboy ihren Dienst verrichten. Meine Güte. Naja. Ich konnte da tatsächlich Akku-Batterien einbauen und dann sogar mit dem Kabel laden. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber der Gameboy SD, der man so aufklappen konnte, der so ein 4G Kasten zum aufklappen war, bei dem musste man tatsächlich ein Ladekabel verwenden. Der hatte keine Batterien mehr. Wobei jetzt hier wieder die Sache ist, für uns damals, wir hatten ja sowas wie eine Powerbank auch noch nicht. Heutzutage haben viele Kids einfach eine Powerbank für ihr Handy oder für ihr Gameboy oder sonst was. Wobei Gameboys, glaube ich, am Aussterben sind, weil man ein Handy so heutzutage hat. Aber viele Gameboys waren damals halt so, du bist auf dem Heimweg von der Schule. Du hattest in der Schule kein Ladekabel für dein Gameboy dabei. Das heißt, du konntest in der Schule nirgendwo ranhängen. Pech. Weil du gehst nämlich dann auf dem Heimweg. Ich hatte zum Beispiel eine Stunde, musste ich mit dem Bus fahren, dass ich zu Hause bin. Oder anderthalb Stunden mit dem Zug, je nachdem. Und dann habe ich die A-Karte gezogen. Ich habe eine DGA-Karte gezogen. Weil ich konnte mein Tablet, ich konnte kein Gameboy spielen. Weil wenn der Gameboy leer war, war er leer. Und sowas wie eine Powerbank gab es damals nicht. Und selbst wenn es eine gegeben hätte. Heutzutage, ich glaube heutzutage geht es, weil man heutzutage USB-Anschlüsse für alles hat, auch für Gameboys. Aber damals war es so, dass die Gameboys einen speziellen Anschluss hatten. Und selbst wenn man eine Powerbank dabei gehabt hätte, hätte man nicht laden können, weil man hätte nämlich keinen Anschluss für die Powerbank gehabt. Och, du Genie. Deswegen nimmt man ja sonst auch Ersatzbatterien mit. Quasi die Powerbank von damals. Mein Gott, Rainer. Ist es denn so schwer? Anstatt einer Powerbank nimmst du halt Ersatzbatterien mit. Das ist das selbe Prinzip. Du lädst es halt nur nicht auf, sondern du tauscht es aus. Mein Gott. Tu doch nicht so, Rainer, als hättest du damals gar nichts gehabt. Also wirklich. Er möchte sich halt interessant machen, ne? Es ist einfach so. Er möchte sich interessant machen und, oh, in meinen jungen Jahren, ihr wisst ja gar nicht, Kinder, wie es damals so gewesen ist, ne? Also, wir hatten ja nichts, hatten wir. Wir hatten nicht mal Ersatzbatterien für unseren Gameboy. Rainer, komm schon. Bitte. Bitte. Ich weiß nicht, ob die Gameboys heute anders aussehen oder ob die heute tatsächlich Ladekabel mit USB-Anschluss haben. Das weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch neue Gameboys gibt. Er hat ja schon gesagt, in Zeiten von Handys ist das Redundant. Gibt, glaube ich, tatsächlich gar keine Gameboys mehr. Nö. Also, ist mir auch nicht bekannt. Was soll jetzt ganz neu aus dem Markt gekommen? Das ist das Steam Deck. Was ich relativ interessant finde. Aber der letzte Gameboy oder die neueste Gameboy-Version. Keine Ahnung. Gibt ein paar Modelle. Gameboy, Gameboy Pocket, Gameboy Color, Gameboy Advance, Gameboy Advance SP, Gameboy, Mikro. Okay. Interessant. Mikro. Noch nie gesehen. Ach doch. Doch, habe ich schon mal gesehen. So. Kleiner Gameboy Advance. Aber früher war das eine echte A-Karte. Weil bei den Gameboys mit Batterien, da hast du einfach zwei, drei Päckchen Batterien mitgenommen. Ich zum Beispiel, ich bin... Ja, du hast es doch jetzt gerade selber gesagt. Ja, dann nimmst du zwei, drei Päckchen Batterien mit. Einmal, zweimal die Woche in den Laden gegangen. Nee, Rainer, ich dachte, es geht um das Ladegerät. Wenn du Akkus gehabt hast, dann hast du die einfach wieder aufgeladen. Dann brauchtest du auch nicht mehrfache Batterienwechsel. Sondern du hattest einmal die Akkus, die in dem Teil geladen werden und dann die Akkus, die jetzt in dem Gameboy ihren Dienst verrichtet haben. Und dann hast du die irgendwann ausgetauscht. Ich persönlich bin ein, zweimal die Woche in den Laden gegangen und habe mir einfach Batterien geholt. Warum? Ich dachte, du hast das Ladegerät geabt. Es geht doch um dieses Ladegerät. Also ich habe mir so ein Zehnerpack Batterien geholt. Einmal die Woche oder so oder einmal alle zwei Wochen. Und dann hatte ich halt Batterien dabei. Und ja, das war ziemlich praktisch, weil ich auf die Art und Weise die Möglichkeit hatte, jederzeit Batterien auszutauschen. Also bin ich da immer ein bisschen so der Meinung, Ladebatterien oder Akku. Es ist eigentlich immer eine schwierige Sache, weil ich glaube, er hat tatsächlich einfach nicht die Begriffe verstanden. Akkus und Batterien. Aber okay. Naja, okay. Trotzdem, Reinhard, es sollte um das Batterieladegerät gehen. Oder das Akkuladegerät. Naja. Naja. Es ist immer eine schwierige Sache, weil man die Batterien halt letztlich austauschen kann. Akku hat man selten einen Ersatzakku dabei. Vor allem bei den SD Gameboys. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen Advanced ist. Ich glaube, bei Advanced war es auch so. Die sind hinten verschraubt. Das heißt, man musste auch noch einen Schraubenzieher hätte man auch noch mitnehmen müssen, wenn man mehrere hatte. Naja. Meine Meinung zum Ladegerät. Dieses Ladegerät hat sehr viel, sehr viel Oh, Odyssey. Böse. Viel überlebt. Ich weiß gar nicht, was ich mit diesem Ladegerät alles angestellt habe. Es ist mal gegen die Wand geflogen, weil ich immer angepisst war. Es ist mal Impulskontrolle. Ach, Rainer, konzentrier dich bitte. Komm schon, das Video geht nur elf Minuten. Ja. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Er weiß doch, er weiß doch schon, dass da Leute draußen sind. Er sieht es ja in seiner Kamera. Er hatte ja davor, hatte er ja das Kaba-Video aufgenommen. Also es ist ja nicht so, dass sie plötzlich dann weg sind. Nein, es ist direkt im Anschluss. Und trotzdem schafft er es nicht, diese Leute zu ignorieren oder halt aus diesem Video rauszulassen und zu sagen, okay, ich schalte das jetzt aus oder ich mache das Video später, wenn ich mich halt besser konzentrieren kann. Alles, was er jetzt sagt, er hat die ganze Zeit im Kopf, da sind Leute vor der Tür, da sind Leute vor der Tür, da sind Leute draußen, ich sehe sie in der Kamera, ich sehe sie überall, er hat ja hier unten sein Handy, er hat ja da oben den Bildschirm. Er sieht es ständig und er beobachtet es ständig und er kann sich nicht konzentrieren und das schafft er nicht und deswegen wird er halt öfter auch mal scheitern an solchen Videos. Na Rainer? Es ist mal gegen die Wand geflogen, es ist mal wie gesagt, Konzentration. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem anderen angestellt habe, es ist mal runtergefallen, mal gegen die Wand geflogen, es ist mal aus dem Fenster geflogen, allerdings war das unabsichtlich und ähnliche Aktionen, also es ist wirklich, wirklich, wirklich viel Mist schon passiert mit diesem Zeug und ich weiß auch gar nicht ehrlich gesagt, was ich da noch alles zu machen soll, also Ladegeräte sind natürlich praktisch, waren es damals, sind es heute, weil man halt die Batterien dafür wieder verwenden kann und es auch ein bisschen umweltfreundlicher ist, glaube ich, als jetzt zum Beispiel Batterien direkt weg zu schmeißen, zumal man heutzutage ja Batterien solltest du sowieso nicht einfach so weg schmeißen, die werden entsorgt und zwar an einer Batteriesammelstelle, in der Regel gibt es sie ja in Drogeriemärkten oder sonst wo, aber die solltest du nie, niemals in den Hausmüll schmeißen, Batterien wenn man wegschmeißt, muss man immer schauen, dass man immer Sondermillenzorgung macht, weil Batterien sind eben Batterien ja, Batterien sind eben Batterien, ja, da ist halt Batteriesäure drin, die ist halt nicht so toll für die Umwelt ja, und wieder aufladbare Sachen sind dann doch schon ziemlich praktisch, weil die zumindest langfristig ein bisschen halten gut, tut mir leid, dass ich euch jetzt das Ohr so lange abkau und schon wieder abgelenkt bin durch diese ganzen Vollhonks dabei das ist zum Beispiel was ich meine ich kann kein Video ohne Hater machen, weil alle fünf Sekunden irgendwelche Pfosten vor meiner Tür stehen ja, aber das ist doch deine eigene freie Entscheidung Reinhard einfach mal die Kamera auszumachen oder das halt zu machen wenn keiner da ist ignorieren ignorier sie doch einfach und ich sitze hier und mache meine Videos und labere über mein Zeug und alles und dann heißt es immer ja geh mal arbeiten ja wir arbeiten einander tatsächlich hör auf mit diesem Quatsch im Internet es tut dir nicht gut und glaubst du glaubst du wirklich als du dieses Video gemacht hast und ins Internet rausgehauen hast dass sich da jetzt irgendwas dran ändert nein die Leute wissen wenn sie da auf dieser Straße einfach nur stehen dann reicht es schon aus um dich aus der Fassung zu bringen um dich zu triggern und sogar um in diesen Videos zu erscheinen also man sieht es ja man sieht es ja dass du von diesen Leuten auch wenn sie da nur nur da sind sie müssen nur da sein es muss ja nicht mal irgendwas passieren die müssen da nur stehen und quasi anwesend sein das reichte schon aus nur damit du da völlig und nicht mal mehr so ein 11 Minuten Video schaffst über ein Batterieladegerät naja wir haben 14 Uhr 4 aktuell und die Leute stehen vor meiner Haustür ja und und ich sitze hier und mache meine Videos ja und und ich soll arbeiten gehen ja das eine hat mit dem anderen doch nichts zu tun na das hat doch damit nichts zu tun Rainer wo ich was das dreifache verdienen wie deine Eltern gut oh man aber zu welchem Preis Rainer zu welchem Preis naja du wirst ja schönes frame du wirst ja sehen wohin dich das bringt die Leute haben es dir ja damals schon immer gesagt es wird nicht gut enden Rainer ne auch wenn du da ein bisschen mehr Geld gemacht hast durch YouTube und tatsächlich ich gebe zu es war nicht wenig es war nicht wenig aber wie gesagt zu welchem Preis dass du da die Leute immer wieder provoziert hast immer wieder aufgestachelt hast auch durch diesen Satz alleine ja schon wieder wie beide ja ziemlich dumm ich würde mal behaupten die Leute die da auf der Straße stehen die gehen dann einfach nach Hause und gehen dann ihrem Leben nach die schauen sich das halt nur kurz an und das war's du musst halt weiter in dieser Bruchbude kann man das ja gar nicht anders sagen ihr seht es ja auch im Hintergrund wieder einmal wie wunderschön dieses Ofenrohr auch hier hoch und runter geht wobei ich mich ja auch frage ob das überhaupt so in Betrieb genommen werden darf ne Brandgefahr und so eigentlich was mich auch mal interessieren würde eigentlich müsste ja jedes Jahr ich weiß gar nicht ob es jedes Jahr ist aber ich meine der Schornsteinfeger vorbeischauen bei Rainerle oder hätte vorbeischauen müssen ob er das gemacht hat das würde mich ja interessieren ich glaube nämlich nicht ich glaube nicht gut Leute danke für's zuschauen wir sehen uns in der nächsten Folge in der nächsten Folge wird's witzig oder es kommt darauf an ob ihr es witzig findet es geht nämlich darum ein Geschirrtuch okay Geschirrtücher beziehungsweise Geschirrtücher Handtücher Badetücher Geschirrtücher Handtücher Badetücher okay danke fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal und ich werde jetzt mal gucken ob ich den Hatern da mal auf die Lichter haue damit endlich Ruhe ist und ich in Ruhe weiter aufnehmen kann weil alle fünf Sekunden irgendjemand anders angeschissen kommt ja und was glaubst du warum da alle fünf Sekunden jemand angeschissen kommt Reinerle genau deswegen weil du jetzt nämlich rausgehst wieder Entertainment für diese Leute bringst man ey genau das ist es doch was die Leute wollen verstehst du das denn nicht nein versteht er nicht hat er nie verstanden mein Gott Reinerle never feed the troll die Leute wollen doch dass du eskalierst die Leute wollen dass du rauskommst weil du den Tanzbären machst was anderes ist es doch nicht Polizei war zwar schon da aber irgendwie haben die Leute zu viel Freizeit was weiß ich haut rein euer Drache und tschö tschö die Leute haben zu viel Freizeit ja Reiner sind nicht immer dieselben Leute es sind andere Leute die da kommen ne ja ja das war Reiner das Meinung zu Batterien Ladegerät ja weiß ich jetzt auch nicht Nummer 12 Nummer 13 wir hintereinander weg Geschirr Bade und Handtücher so wie er es ja auch gerade gesagt hat so Metal Leute Servus und herzliches willkommen beim Drachen wenn die Lichtverhältnisse ein bisschen anders sind dann liegt das daran dass ich jetzt fast zwei Stunden draußen gestanden war bei den Vollpfosten und mich aufgeregt hab ja sehr gut Reinerle sehr gut und das wird's denen zeigen die werden nie wiederkommen werden die ne und du sagst es sogar noch im Video du sagst sogar noch dass du draußen gewesen bist und Entertainment geliefert hast das kann nicht sein ey überleg doch mal nein kannst du nicht ich hab's ja schon vorhin gesagt er kann nicht verstehen wie die gegenüber denken wie er ist halt nicht empathisch er versteht es nicht dass diese Leute da hinkommen weil er halt rauskommt und rumbrüllt und was weiß ich nicht alles und die Leute attackiert es ist halt Zirkus das ist ganz einfacher Zirkus den Reinerle da veranstaltet er ist der Tanzbär und vollführt da seine Kunststücke vor den Leuten und das wird halt natürlich aufgenommen er thematisiert es jetzt sogar in seinen Videos und verbreitet es sogar tatsächlich bei allen die jetzt in irgendeiner Form kein Besuchsvideo gesehen haben sondern er sagt ja sogar ich war jetzt zwei Stunden da draußen bei den Leuten und selbst wenn es Leute gibt die sich nicht diese Besuchsvideos von den anderen Leuten also von der anderen Seite sag ich es jetzt mal anschauen redet Reinerle jetzt schon wieder davon dass er da halt draußen gewesen ist und dann gibt es natürlich Leute die sich denken der redet ja die ganze Zeit darüber und dass er da die ganze Zeit draußen gewesen ist vielleicht sollte ich mir das auch mal angucken und einfach mal da hinfahren und ein paar Fotos machen und vielleicht kommt er dann ja auch raus und dann kann man sich ja mit ihm unterhalten kann man ja ihm seine Meinung sagen ihr wisst es ja aber all das all das stachelt das doch wieder an all das lässt die Abwärtsspirale weiter drehen aber 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 Reinerle versteht es leider nicht aber nicht geschrien immerhin na na ok dann ist ja ok wobei ich das bezweifle bezweifle ich stark weil Reinerles Ansicht von Schreien und Lautsein oder so nicht alles ist eine andere als meine und Monster Energy geht rein sehr gut Stärkung dazu muss man auch sagen trotz aller Widrigkeiten und allem hin und her und Mist und sonst nix mit Scheiß ähm dieses ganze äh draußen rumstehen und rumgerinnen und alles tut meinem Bein ganz gut ach komm also Reiner das bisschen da draußen rumstehen ach du mein ja das sieht er schon als absolute Bewegung an vielleicht sollte ich mir das angewöhnen ist vielleicht auch für mich gesundheitlich besser weil ich dann aufhören müsste Energydrinks trinken aber gut was Reiner vielleicht solltest du dir mal angewöhnen dich tatsächlich etwas mehr zu bewegen nicht nur da ein bisschen im Hof hin und her ja schaukeln sondern einfach mal irgendwo sich länger zu bewegen spazieren gehen oder ähnliches gut wunderschöne Nahaufnahme so heute geht es um nicht um die Sonne nicht um Herzen oder Blumen oder sonst so sondern heute geht es um Geschirrtücher toll beziehungsweise es geht nicht um Geschirrtücher als solche sondern eigentlich möchte ich heute das Thema Geschirrtücher Handtücher Badetücher Waschlappen und so weiter machen Ach Odyssee Odyssee ist ein Hater Ähm und meine Meinung dazu mal kundtun denn was hier besonders nervig und merkwürdig und auch interessant ist Nervig? Ich persönlich sehe keinen Unterschied außer optisch vielleicht zwischen Handtüchern Geschirrtüchern und so weiter Ist das dein Ernst? Es gibt keinen Unterschied zwischen einem Geschirrtuch und einem Handtuch Meinst du das gerade ernst Reinhard? Das wird ein wildes Video Denn letzten Endes naja es hat ja letzten Endes alles denselben Effekt es ist extrem nervig zusammenzufalten wie man hier gerade merkt Egal Es ist extrem nervig als zusammenzufalten das ist extrem nervig Was weiß ich Also als Jugendlicher als Kind Als Kind habe ich nie darauf geachtet Was ich Als Kind habe ich nie darauf geachtet Odyssee Hör auf Was ich für Handtuch benutze Tatsächlich haben sich meine Eltern zwischendurch mal sogar aufgelegt weil ich immer die Handtücher benutzt habe zum Abdrucken nach dem Duschen oder Baden anstatt naja normales Badetuch Hä? Hä? Ich habe es verpasst Ja okay ich glaube er weiß er weiß er weiß nicht was er meint nein aber ich glaube ich weiß was er meint ich glaube er redet er meint also ich persönlich benutze halt den Begriff Handtuch auch für größere Handtücher also Badetücher wie er sie nennt ist für mich beides quasi ein Handtuch aber ich glaube er meint tatsächlich so diese Gästetücher die es ja auch gibt tatsächlich nur um die Hände sauber zu machen äh abzutrocknen nicht sauber zu machen um die Hände abzutrocknen oder die kleineren Handtücher so und ja okay ähm weiß ich nicht gut wenn wenn man so möchte ja dann bleiben wir jetzt bei dem Griff Badetuch und Handtuch wobei ich eigentlich immer Badetuch sogar für noch größere Handtücher genutzt habe eher so quasi in der Richtung Saunatuch die ja noch ein Stückchen größer sind teilweise aber hey okay von mir aus Reinhard ich dachte jetzt aber wovon ich jetzt eigentlich eher so irritiert gewesen bin war dass du Geschirrtücher mit Handtücher gleich gesetzt hast ne hast du da keinen Unterschied ich dachte jetzt kommt ich hab mich früher mit Geschirrtüchern abgetrocknet das wäre zu wild gewesen ich hab damals als Kind hab ich keinen Unterschied daran gesehen als ich klein war naja ein Badetuch ein Handtuch war halt einfach groß und vor allem als Kind ist halt wenn man ein Kind ist ist ein Badetuch vor allem zum Beispiel meine Saunahandtücher die ich um mich rum wickeln kann äh gibt es aber bei einem zweijährigen Kind oder einem fünfjährigen Kind ja gut das ist ein bisschen nach extrem oder was soll diese Gesichtskirn ähm lange hat gar keinen Sinn es ist ziemlich heftig wenn man so viel hat es ist ziemlich heftig wenn man so viel hat bitte was hab ich hab ich einen Schlaganfall rein ich verstehe diesen Satz in diesem Zusammenhang nicht so ganz wenn man so viel Handtuch hat oder was und äh der ist schon wieder weg der ist der ist mit seinen Gedanken schon wieder draußen mir fällt gerade an ich muss es noch notieren schnell warte mal ja unglaublich was waren das jetzt ist das vielleicht etwa 15 Uhr gewesen sein mhm du hast doch vorhin gesagt du warst zwei Stunden draußen das kann ja nicht sein oder oder ist jetzt 17 Uhr und der wollte irgendwas mit Computern machen ja Umschulung auf IT ach ja ich weiß es ist immer nervig ja da kann man auch gar nichts gegen machen das ist unmöglich kann man nichts weiß ich nicht ne wie ich wüsste nicht dass man das in irgendeiner Weise anders machen könnte weil das muss jetzt hier und jetzt muss das jetzt geschehen Reinalder muss das jetzt eintippen ansonsten ist es weg ne und wir und wir dürfen ihm dabei zuschauen das ist das wichtigste ne auf jeden Fall anstatt Pause zu drücken nö weiter geht's aber es geht halt leider nicht anders nö ich weiß weil wenn ich das nicht gleich mache vergesse ich es jedes Mal genau und das war dann um 20 Uhr das ist ja nicht das Problem Reinalder aber dass du uns daran teilhaben lässt das ist das Problem 35 ungefähr und diese Liste die du da führst interessiert keinen später wirst du sie ja 35 quatsch 15 ja später wirst du sie ja der Richterin oder dem Richter vorlegen wollen und die sagen nö lass mal die ganze in Anführungsstrichen Arbeit die du dir jetzt machst ist für die Katz 35 schön ja weiter geht's Geschirrtücher oder auch nicht also ähm was soll ich jetzt noch groß erzählen also zunächst mal meine ganze Kindheit habe ich eigentlich nie darauf geachtet mit Geschirrtüchern habe ich mich definitiv nie abgetrocknet wobei als ganz kleines Kind weiß ich es nicht mehr ähm ich könnte mir das sogar vorstellen aber ich denke nicht dass ich mich mit denen abgetrocknet habe weil die eben äh naja ein Geschirrtuch ist eben ein Geschirrtuch und nicht besonders flauschig oh man hier kommt das nur rein oder vielleicht sind das zwei verschiedene Stoffarten aber ein Handtuch ist natürlich schon was anderes weil halt ich als Kind besonders gerne immer die besonders flauschigen Handtücher mache das ist wahrscheinlich als Kind normal weil wenn man ein Kind ist dann ist auch die Haut noch weicher und alles also wenn ihr mal wenn ihr mal ein Kind auf dem Arm hattet und so weiter dann wisst ihr was ich meine äh weirde Aussage aber okay allein wenn man ein Kind über die Wange streichelt das ist was anderes also boah stellen sich gerade die Nackenhaare auf wenn ich denke wie rei oh Gott bei einem Erwachsenen selbst Männlein und Weiblein ja wobei man muss mir dazu kurz sagen das war jetzt echt weiß ich nicht das war ganz merkwürdig gerade das boah ich weiß nicht wie es euch geht aber ich habe da ein ganz komisches Gefühl gerade gehabt als Reinhold das erzählt hat wenn ich das mal kurz ansprechen darf und das soll jetzt nicht sexistisch sein ich habe immer irgendwie das Gefühl die Haut von Frauen bleibt irgendwie weib irgendwie kindlicher erzähl ich was weiblicher weiblicher aber irgendwie kindlicher also bei Mädchen äh bei einer Frau ist die Haut weicher als bei einem Mann logischerweise aber was heißt logischerweise ich finde es eigentlich voll krass dass es da so einen Unterschied gibt daran merkt man eigentlich auch Reinholde dass du so absolut gar keinen Kontakt zu Frauen hast hast du mal in einen Badezimmerschrank einer Frau geschaut was da für Produkte rumstehen was für Pflegemittel da rumstehen Cremes Lotions und ähnlichen das liegt vielleicht daran Reinholde und ja zumindest gehe ich davon aus dass halt sehr sehr viel Wert darauf gelegt wird ähm eine weiche Haut zu haben durch Pflegeprodukte habe ich nicht ich habe doch ich habe Cremes doch 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 stimmt jetzt doch ich habe Cremes weil einige Stellen sind im Winter wie im Sommer tatsächlich problematisch bei mir die muss ich immer eincremen ne aber keine Gesichtscremes oder sowas aber ja ich nutze auch Pflegeprodukte aber wie gesagt der Unterschied Reinholde zwischen weiblichen Pflegeprodukten und männlichen Pflegeprodukten ist schon signifikant da kann man schon einiges sehen vor allem wenn du ja auch in so einen Drogeriemarkt gehst wenn du da mal schaust die Abteilung für Männer und wenn du dann die Abteilung der Frauen dagegen übersetzt vielleicht wirst du es ja aber noch merken schauen wir mal aber egal Geschirrtücher ist ja schon mal aufgefallen dass auf Geschirrtücher immer irgendwelche Tiere drauf sind oder irgendwelche Landschaften auf meinen nicht da frage ich mich jedes Mal wieso weil es schöner aussieht Reinerle Dekoration warum hast du die ganzen Poster an der Wand wieso auch eine gute Frage anstatt da einfach die nackte Wand zu haben warum hast du da Poster ist es noch ein Überbleibsel das müsste man fast einmal recherchieren ist es noch ein Überbleibsel aus der Zeit in der Frauen naja eben wie drücke ich das aus ich will nicht sexistisch klingen dann beende diesen Satz jetzt sofort also hör einfach auf zu reden als Frauen noch im Heim und Herd waren und hat sich hauptsächlich um die Kinder gekümmert haben und um den Haus und Herd damit Frauen vielleicht ein bisschen was anderes sehen als immer nur dreckige Windeln und Essen machen und keine Ahnung ich habe keine Worte dafür die waren eingesperrt ich weiß es waren schreckliche Zeiten für Frauen damals die waren einfach eingesperrt in fensterlosen Räumen und durften halt tatsächlich nur Wäsche machen Geschirr abtrocknen und Windeln wechseln ja und um dann halt auch mal ein bisschen Abwechslung zu haben wurden halt auf Geschirrtüche Landschaften und Tiere abgedruckt boah ich boah hör doch einer wenn du dir denkst ich möchte jetzt nicht sexistisch klingen dann hör am besten direkt aufzureden hör einfach auf Mund zu und ein Schnitt setzen am besten oder es gar nicht erst tun rede einfach gar nicht erst es ist halt irgendwie seltsam ja das ist halt seltsam wie gesagt deine poster rein an den wänden warum warum hast du die da ist das vielleicht noch ein überbleibsel aus deiner jugendzeit in der du nicht rausgegangen bist und einfach mal was anderes sehen konntest als Videospiele ist das ist das so na gut was gibt es da zu sagen lass mich mal überlegen woraus bestehen geschirrtücher woraus bestehen baum äh quatsch baum tücher ja woraus bestehen handtücher rein alle äh gibt es da in irgendeiner weise unterschiede was weiß ich noch ähm hm 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 das Video geht übrigens nach sieben Minuten es gibt ja zwei Arten von handtüchern es gibt handtücher und es gibt reise oder gäste handtücher was ich nie verstanden hab warum 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 gibt man seinen gästen ein solches handtuch das eher ein waschlappen aber äh ja damit die sich die Hände abtrocknen können würde ich behaupten warum gibt man seinen Gästen ein so großes handtuch wofür ich meine haben meine Gäste nicht verdient dass sie vernünftig behandelt behandelt werden und ein vernünftliches handtuch bekommen einer einer die sollen sich nur die Hände abtrocknen die sollen sich da nicht waschen oder duschen oder ähnliches die sollen sich nur die Hände abtrocknen darum geht es oder weiß ich nicht also ich persönlich benutze die kleinen handtücher die bloß so groß sind ungefähr das ist ein waschlappen aber okay benutze ich eigentlich immer als waschlappen oder ähnliches bei schlechten wetter mache ich es auch oft mal so bei warmen wovon redet er jetzt eigentlich gerade ein Gästehandtuch ist für mich halt ein Handtuch was in einem Gäste-WC hängt um sich halt die Hände abzutrocknen oder redet er jetzt wirklich davon wenn jemand irgendwo übernachtet und duscht dass er dann tatsächlich von ihm nur so ein kleines Mini-Handtuch quasi in Waschlappen bekommt daran merkt man vielleicht auch Rainerle ist nie so oft oder nein bleiben wir bei nie Rainerle war nie bei anderen Leuten zu Besuch da meine ich mache es auch oft mal so dass ich die Handtuch nass mache und mir ins Knick haue für was anderes sehe ich die nicht vor allem habt ihr mal gesehen wie groß meine Hände sind so groß ist ungefähr so groß ist ungefähr ein Gästehandtuch das ist einfach ein Waschlappen und Rainer so ein Handtuch ist saugfähig wie nass sollen bitte deine Hände sein ja und selbst wenn es ein bisschen größer ist hallo ja hallo wenn mir wenn irgendjemand in mein Gäste WC zu Besuch kommt und sagt dieses diese Größe hier die reicht mir für meine super mega Hände reicht die leider nicht aus ich bräuchte bitte ein großes Saunatuch würde ich sagen Junge du gehst jetzt raus und dann hältst du die Hände in die Sonne bis sie trocken sind aber du kriegst kein Handtuch von mir das ist doch nicht dein Ernst Rainer das reicht doch völlig aus die Größe sich so abtrocknen das ist echt übel alter wieso vor allem was macht man wenn zwei Leute hintereinander aus Klo gehen dann hat man da zwei Handtücher hängen oder drei was weiß ich drei Gästehandtücher bei einem großen Handtuch ist es so dass man wenn man oben sich die Hände abgetrocknet hat und es oben nass ist und der nächste aus Klo geht und sich die Hände wäscht kann man sich zumindest unten abtrocknen bei so einem kleinen Handtuch geht das nicht vor allem nicht wenn jemand wie Drachenlord bei sich war wo das gemacht hat und dann ist das ganze Handtuch nass wenn jemand wie Drachenlord bei einem war dann ist das ganze Handtuch nass dann würde ich mich ja mal fragen warum ich dieses Handtuch plötzlich auswringen muss wenn du was hast du da auf Toilette gemacht wenn ich dieses Handtuch auswringen muss das utopisch einfach nur utopisch das schauen wir uns doch mal an geht das nicht vor allem nicht wenn jemand wie Drachenlord beim weiß ich war wo das gemacht hat und dann ist das ganze Handtuch nass schwierig dieses Video ist schwierig sehr schwierig ähm gut weiß ich echt nicht was ich davon halten soll dann häng doch tatsächlich normale Handtücher in dein Gäste WC rein oder ne wenn du das unbedingt möchtest oder man könnte ja auch mehrere von den kleinen Handtüchern dahin hängen ne wenn das eine nass ist nimmt man das andere boah oder oder noch schicker ne machst du ne kleine Schale und dann rollst du diese Handtücher auf so wie quasi in Hotels oder ähnliches äh habe ich schon mal gesehen auf öffentlichen Hotel WCs öffentliche Hotel WCs ja also so nenne ich es glaube ich jetzt einfach mal da sind dann auch so aufgerollte Handtücher liegen dann so drei bis fünf Stück einfach mal so rum für die Leute die da auf Toilette gehen und da kann jeder kann sein eigenes kleines persönliches Handtuch nutzen und dann wird das da in so ein äh in so ein Körbchen geschmissen und der nächste nimmt dann auch ein einfach ein trockenes neues Handtuch ne so könnte man es auch machen ich weiß es ist alles so schwierig es ist alles so superschwierig das umzusetzen aber es wäre möglich möglich wärs also keine Ahnung bisschen arg strange ist das ja schon ne du machst es einfach nur strange na gut ähm die meine Lieblings Handtücher beziehungsweise meine Lieblings Badetücher sind Moment hat er gerade Lieblings gesagt die meine Lieblings Handtücher beziehungsweise meine Lieblings Badetücher sind tatsächlich meine Saunatücher okay halten wir fest Reinerle hat ein Lieblings Handtuch nämlich die Saunatücher sprech den bitte mal drauf an fragt ihn am besten irgendwie mal äh im Chat Reinerle was ist denn dein Lieblings Handtuch würde mich tatsächlich mal interessieren was er jetzt aktuell dazu sagen würde die sind so groß die sind über zwei Meter groß also über über zwei Meter lang und über äh ich glaube die haben haben einen halben Meter einen halben Meter breite und und fast zwei Meter zehn Länge glaube ich haben die also die sind so lang dass sogar ich die um mich rum wickeln kann du brauchst ein zwei Meter zehn Handtuch um die dieses Video ist so typisch dieses Handtuch Video ist ja also da kann man so viel rausziehen rumwickeln kann du brauchst ein zwei Meter zehn Handtuch um die was 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 warum warum machst du das Reinerle er ist auf einem absoluten Höhenflug ich glaube ihr merkt es ja auch ähm er war ja vorhin draußen bei diesen Leuten und ich denke mal jetzt ist er halt voll mit Adrenalin ja er war draußen er hat sich mit den Leuten da gestritten und jetzt muss da die Energie muss raus bei Reinerle er muss ja er kann nicht anders da ist so viel er hat sich Energie angestaut eigentlich müsste er da einmal bis nach Emskirchen laufen und wieder zurück am besten bis nach Nürnberg und wieder zurück aber gut das würde er nicht schaffen gehe ich von aus er schafft es ja gerade noch so nach Emskirchen wie wir ja schon in einigen drache läuft videos gesehen haben und selbst das schon nicht mehr aber Reinerle hat ist voll mit Energie nein also irgendwas mit 1,80 zwischen zwei meter haben die ich weiß nicht genau wie groß die sind ich habe sie nie gemessen aber das coole an diesen an diesen hauner sandtüchern er ist überdreht er ist überdreht ich sollte das video beenden ja das problem an den sauner handtüchern ist dass die ähm wie sag ich das das problem an den sandtüchern ist dass die das problem nicht das schöne an denen ist dass die so unfassbar flauschig sind aber das gilt übrigens auch für so decken ne so kuscheldecken ich krieg die niemals so weich wie sie sind wenn ich sie kaufe ne das das ist seitdem geschuldet Reinerle weil es Abrieb gibt diese flauschizität dieses handtuchs dieses dieser decke oder ähnlichen das nutzt sich halt ab diese fasern die verschwinden halt irgendwann die da dranhängen und dann wird es halt stumpf und dann ja das wird das wird halt nie wieder so flauschig sag ich jetzt mal wie man es einmal gekauft hat durch Nutzung und Abrieb ja niemals ne ich weiß nicht warum es muss doch eigentlich möglich sein die weich zu halten nein ich hau da ich hau da Weichspüler rein ich hau es in die Trommel rein ich hau es in die Waschmaschine rein ich hau da halbe Tonne Waschmaschine Weichspüler rein na ich hoffe nicht das ist nicht gut für die Umwelt nach zwei dreimal waschen sind die kratzig warum gut nach zwei dreimal waschen sollten sie eigentlich noch nicht kratzig sein rein oder dann machst du irgendwas falsch ich meine ich benutze die trotzdem ne so ist es nicht aber klar es gibt nichts geileres als ein schönes neues flauschiges Saunahandtuch ja ja ich meine ein Handtuch ist ja letzten Endes auch dafür gedacht dass es saugfähig ist und wenn man ein Sandtuch ja du solltest das Video beenden es ist echt Zeit dass ich Pause mache wenn man ein Bahner Bahner Sandtuch hat einer konzentriere dich was zum wie gesagt er ist überdreht er hat jetzt zu viel Energie durch den Kontakt mit den Leuten da draußen und sitzt jetzt halt und diese Energie kriegt er nicht weg heute tut mir leid ich habe jetzt schon wieder viel zu viel Blödsinn im Kopf wenn man ein Sauna Badehandtuch hat dann ist es meistens so dass es ja eigentlich dafür gedacht ist dass man sich trocken hält man kann sich damit abtrocknen man kann sich vielleicht sogar darauf legen das ist bei mir ein bisschen schwierig mit meinen fast 1,90 bis 1,86 vor allem wenn er noch irgendwie ein Kisschen oder so möchte aber ein was ein was möchtest du ähm vor allem wenn er noch irgendwie ein Kisschen oder so möchte aber habe ich ich weiß nicht was er gesagt hat Kissen Küsschen also es ist schon übel da war die Fliege auf seiner Hand das ist schon richtig richtig übel und ja ich finde es auf jeden Fall am schönsten also diese richtig schönen flauschigen weichen Handtücher sind das geilste eigentlich was man so haben kann mhm gut wie lange sind wir jetzt von der Zeit her 11 Minuten 11 Minuten ich labere 11 Minuten über Badehandtücher das ist echt übel ich bin echt voll Pfunk also ja bin ich ja auch ich rede jetzt auch schon fast eineinhalb Stunden über deine Meinungsvideos um zum Ende zu kommen Geschirrtücher ja kratzig sollst dich ja auch nicht damit abtrocknen Rainer die sind für wie der Name schon sagt Geschirr gedacht aber ja eigentlich für Geschirr ach und solange sie saugfähig sind sehe ich da eigentlich kein Problem na und da sind sogar schöne Motive drauf ne für Leute die in der Küche eingesperrt sind Handtücher ich mag die kleinen nicht weil wie gesagt haben ungefähr die Größe trocknen wir sich damit einmal ab ist das Ding nass also ich habe in meinem Badezimmer ein großes Handtuch hängen also so ein so ein normales Handtuch und auch in meinem Gästezimmer in meinem Gäste-WC wobei ich habe kein Gäste-WC weil ich benutze das Gäste-WC selbst aber ich habe da immer ein normal großes Handtuch hängen niemals ein Gäste-Handtuch weil ich das lächerlich finde ein Gäste-Handtuch ist für mich ein Waschlappen Punkt ja davon abgesehen hat er sowieso keine Gäste ne strange sehr strange übrigens ist es auch sehr unhygienisch rein oder wenn jeder sich an dem an dem selben Handtuch die Hände abtrocknet nur mal so gut ansonsten ansonsten was wollte ich jetzt noch sagen ja die normalen Handtücher also die normalen Badetücher zum die mag ich gar nicht die sind mir zu klein ich benutze lieber tatsächlich große Sauna-Handtücher einfach deswegen weil die viel größer sind ich kann die dann auch mal um mich rum machen kann die festmachen Handtuch-Hater und kann dann damit quasi auch durchs Haus laufen ist mir persönlich am liebsten vor allem direkt nach dem Duschen entweder das oder ein Bademantel gut dann danke ich euch fürs Zuschauen in der nächsten Folge machen wir in der nächsten Folge irgendwas Bestimmtes oder lassen wir uns überraschen ich denke wir lassen uns überraschen beim nächsten Mal danke fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal euer Drache hau rein und ich bin gespannt wie dieses Format bei euch ankommt die ersten vier Folgen sind schon oben tschö tschö ja wie kommt dieses Format an Reinhalle äh utopisch es ist utopisch mein Lieber also wirklich gut wir haben wieder wir haben nur drei Folgen geschafft diesmal relativ kurzes Video eineinhalb Stunden Stunden wir machen dann beim nächsten Mal weiter ich habe heute auch gar nicht so viel Zeit aber ja es geht weiter wir machen die wie viele sind es ich dachte es sind über 40 aber es sind tatsächlich nur 37 zumindest laut dem Spiegelort die Videos die er hochgeladen hat freut euch auf das letzte Video Weed Weed glaube ich Weed Entharmungscreme Nummer 37 ja ja alles klar ihr Lieben ne ach ja also ich will es hier auch gar nicht künstlich in die Länge ziehen machts gut wir hören uns im nächsten Video Metalhof wir Karate los auf wo die dem Vielen Dank.